Und da sind wir wieder in Saints Row Nr. 4, mit mir der dabei ist der Dominik, der Kobalt, der Wienem. Moin. Böööö, alter. Alter, okay, der ist richtig geil. Guck an, glaub ich ja. Ich kann hier den Bullenwagen tunen, aber ich hab gar kein Geld gerade. Mein Temp-Tress könnte ich mir noch Aufkleber drauf machen oder so. Aus dem, äh, Aufkleber. Ja, jetzt fahrst du doch noch. Ähm. Hey, was fängt da an zu tanzen, der Jörg jetzt vermöbelt er? Ich hab nicht wirklich so cooler Aufkleber, so wie du. Mein Auto gibt sie nicht. Also diese Drachen. Tut mir leid. Übernehmen. Und Temp-Tress. Da rausholen. Also schon zugeben, mein Capri ist nicht schlecht. Ich find den immer noch geil hier, mein. Deiner ist, boah, der ist most geil, alter. Spoiler. Sag ich doch. Alter, fast as a furious, alter. Sag ich doch. Komm hier. Habe leider noch von der Leistung nix mehr packen können, aber egal. Los, Wettrennen. Ja, mit dem hier, ich hab ja nicht mal... Ja, jetzt hast du mir die Reifen zerstochen. Du bist einfach nur nehmlich hergefahren. Unfair. Wenn mein Auto zerschlägt, muss ich verprügelt werden. Dann komm doch. Nehm, ich bin schneller da. Wetten? Wetten? Nein, lieber nicht. Ich will mein Auto. Warte, okay, ich hol meine andere Karriere. Okay, mach mal Wettrennen. Ich komm zurück. Ja, ich hol meine andere Karriere. Meine geile. Aber der ist schon fast in Fury Star, aber er hat halt von da... Nur aussehen, er kann halt nix rum. Oh nein, 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 nein. Ähm, ich habe hier gerade ein großes Problem. Bin ihm gerade eine Klippe runtergefallen. Ja, 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 ja. Äh, okay. Bin ich wirklich? Ich komm nicht mehr hoch. Oder auf den Supersprung, aber gerade so. War knapp. Komm, äh. Ich hab eigentlich auch noch so... Ja, ist so nice, Alter. Ähm, dein Auto war hier krass. Hat schon draußen und ist hier gerade rumgesprungen. Ich hab gedacht, du sitzt da draußen, aber jetzt bist du auf einmal wieder im Geschäft, warst. Ja, ich will den Aufkleber nur ändern. Ah, komm mal hin. Nicht so, dass es so endet wie in der letzten Folge. Ja, sorry. Äh, jetzt ist meine Karriere weg jetzt. Wir wollten eigentlich die Mission jetzt... Äh, diese Folge sofort anfangen, aber ja. Wir können uns nicht von den Autos losreißen, die sind einfach zu geil. Ja, rein spaziert. Hui. Meine, ich schlag dich jetzt. Genau, jetzt. Jetzt. Ich geh ja schon raus, chill. Gut. Aber meine jetzige Karriere ist weg. Dann war man mit drin. Ja, manchmal sind die nicht alle da und das lädt dann hinterher nach. Mit den Starren ist das ziemlich mies. Ja, irgendwie schon. Ist der? Wo sind nochmal diese ganzen, äh... Jetzt komm. Ja, aber wo sind die Aufkleber? Äh, Aufkleber 1? Bei Aufkleber. Oh man, es gibt ja nur den einen bei denen. Äh, wieso machst du mir Kratzer rein in mein Auto, du Penner? Äh, was mach ich? Nee, hier fährt einer mich voll an. Ach so. Ich kann einfach nicht Autofahren. Ah, mein Lambo, der ist... Aber der ist auch fast, du wirst halt irgendwie ein bisschen... Heißt ja auch Lambo. Ach nö. Aber der Dach ist zu behindert aus. Guck dir den an, die Fresse von dem. Sieht voll geil aus, Alter. Okay. Äh, ich fahre neben dich. Tö. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann nicht zufällig das Dach auch gut... Ja, da. Ah, scheiß Karri, weg. Du hast gerade ein Auto beschlagen. Alter, jetzt auf. Ich muss es jetzt wieder reparieren lassen. Jetzt komm, tritt's auch weg. Äh, oder ist es jetzt ganz weg? Ja, ich glaub schon. Jetzt, ich ruf's einfach nur raus. Okay. Dö, dö, dö. Ist ja gut, Robert, ist ja gut, ja. Du wolltest gerade Alex immer sagen. Nein, wollte ich nicht. Doch, wolltest du. Halte den Huren so, dass es im Spiel nicht passt. Jetzt los. Ja, rausholen, so. Alter, jetzt wirklich schon wieder Frau am Schlussverkauf. Seid ich still? Aber du, oder? Ja. Ähm, siehst du auch, wo ich markiert hab? Jaja, Alter, wir machen eine Mission. Drei, zwei, eins, go. Warte, warte, Junge, bleib mal stehen. Jetzt, Junge, jetzt komm wieder her, Beifuss. Beim blauen Punkt, oder was? Ja, ja, sicher. Okay. Drei, zwei, eins. Sorry, ich wusste nicht, wie das geht. Idiot. So. Eins, go. Ja, ich weiß, es ist mies, wenn einer das sagt, dann weiß ich. Egal. Geht er nur um die Ehre. Ja, Alter, scheiß Zwerg. Kann nicht. Ja, jetzt ist es auch noch explodiert, oder was? Deiner? Nein, der Zwerg ist vor mir. Achso. Boah, der ist so schnell. Ich kann mit dem nicht fahren. Wow, das ist wirklich sauschwer. Alter, ich sehe ganz viele. Wow, ich warte hier auf dich. Guck mal, wie ich überraschere. Oh Gott, wo hänge ich denn? Schön auf mir gepackt, sehr nice. Alles leider, komm, das hier. Und ich Ärger machen. War so, jetzt fange ich mitwärts. Wow, geil, guck mal, ich habe einen Hydranten in meinem Auto. Ich bin hier gerade ein bisschen beschäftigt, oben auf dem Dach. Wo sind sie? Ich habe einen Baseballschläger. Ah, da. Alter, wie ich sie weghaut. Wie dich. Was machst du mit dem... Ah, deaktive, ich muss E drücken. Ich mache schon. Achso, du machst schon. Okay, das... Ich springe schon mal zum Essen. Ja, mach. Wir können uns ja so ein bisschen aufteilen. Geht das gleich ein bisschen schneller vonstatten. Alter, ich muss hier durch. Gehst du bei dem anderen auf der anderen Seite? Ja, Alter, ich finde ich trotzdem irgendwie am besten. Alter, ich bin gleich down. Boah, ich brauche Leben hier. Komm mal, ich habe einen Wildbestand gemacht. Was? Wie? Das kann halt meine Waffe, mein Gott. Sehr nice. So, deaktiviert den Generator. Oh, Mann. Hast du auch kein Problem? Wir haben hier mal ein bisschen deaktiviert. Okay, wir müssen jetzt in die Mitte. E1 Ufer-Waben. Nee, ich will mal einfach durch das Wasser. Das komisch farbene Wasser. Guck mal, wie ich sie jetzt gleich wegkaut. Oh, Mann. Yeah, bam, bam, bam. Alter. Du, 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 du. Ich telefoniere. Wow. Sehr gut. Hör, wie ich da stehen mit meinem Baseballschläger. Oh. Ich meine, oh. Warte, ich habe meinen Baseballschläger. Der ist weg. Warten. Alter, wie ich dem Schaden mache. Guck mal. Warte, der ist nicht da, aber ich sag's dir. Wow. Wow, der macht Schaden. Nein, lass mich, lass mich, nein. Ich... Ich mach das. Sprich halt nicht da und weg, ey. Wow, Alter. Letzter Schlag. Ich mach das. In die Eier. Alles, 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 alles. Wee, 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 wee. Okay. Jetzt ist er tot. Juhu. Sehr nice. Sieht gut aus. Mit deinem T-Shirt. Nicht cool. Aua. Warte, dann kriegst du voll Leben. Ja, hast du mal gescheitert. Au. Alter. Wie weit du mich weggeschlagen hast. Guck mal, wie... Wo ich hier die bin. Ich sag, ich sag doch, das ist heftig. Oh. Mission Ende. Äh. Warte mal. Kräfte. Ich kann mir jetzt Kräfte neu kaufen. Blast. Blast aufladen. Blast Energie. Letztes. Elemente Eis. Blast aufladen habe ich. Mehr konnte ich nicht holen. Ja, holst du das jetzt? Weil Supersprint verringert. Tempo. Erst Tempo, weil Supersprint können wir auch das Tempo halten. Weil ich würde es jetzt auch aufladen. Bisschen gleichbleibt. Wie kann man es benutzen jetzt? Keine Ahnung, das sieht ich halt nicht so genau. Ah, F1. F1 steht da. Warte. F1? Ja. Oh nee, der kann man auswählen irgendwie. Eisblast. Ja, warte mal. Ach, guck mal, mit Kuh. Da kann man so einen Eisschauer machen. Wie sollst du eingefroren? Ähm, mein Kopf sieht weiß aus. Ich bin eingefroren, wieso du nicht? Ja, weil ich dich. Einfroren kann. Witzig. Lass mich in Ruhe. Wir müssen die damit abbandern. Ah, und dann abschießen. Das ist... Alter, du hast mich mit eingefroren, ne? Alter, du frisst dich die ganze Zeit ein. Lola, 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 lola. Ah, alles klar. Ja, alles klar, also das mit dem Tor. So ein Tor hab ich schon auf der Karte gesehen. Wow. Liegst du auch so schön? Ja. Immer einfrieren. Alter, ich drück die falschen Tassen gerade. Ich baue ihn dann mit der OZ ab. Sehr nice. Okay, läuft. Ja, ich bin... Ey, komm ich an. Was sehe ich? Das ist nice, oder? Halt, du bist ein. Der ist den gar nicht mehr. Ach so. Wo? Er ist down. Alles klar. Und das war's mit dieser Mission. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 2000 Bargeld. Hier auch. Und bis dahin. Ciao, ciao. Gut, 2000. Nice.